Mein Name ist Fabio Landolfi, ich arbeite bei der Landolfi Group und bin zuständig für den Verkauf. Wir sind ein Familienunternehmen, das hat den Vater vor 22 Jahren aufgebaut. Vier von fünf Kindern arbeiten hier. Die ganze Landolfi Group bietet vieles an, den ganzen Innenausbau sowie die ganze Heizung Sanitär und die ganze Verkauf und die Architekturabteilung haben wir bei uns im Haus. Wir bieten wirklich von Bauland bis Schlüsselübergabe. Wir beraten den Kunden immer bei uns in Oberumfeld, in unserem Showroom. Da kann wirklich der ganze Innenausbau selber aussuchen. Unsere Kunden vertrauen uns und auf das sind wir sehr stadt. Mein Hobby ist Tanzen. Ich habe mit meiner Schwester getanzt, mit Angela. In unserer Tanzkarriere haben wir viele Titel geholt, unter anderem auch den Schweizermeistertitel. Am Tanzen macht mich sehr viel Spass, mich zu bewegen und man sieht dann, wie das Publikum dann Freude hat. Zur Wirbank ist damals mein Vater gekommen. Das war dort, als der Hypothekarz so hoch war und die Wirbank auch tief in Zinsabat. Wir setzen wir im Alltag ein mit den Handwerchern beim Bauen und Mittel wie auch beim Tanken. Wir machen sehr viel Finanzierung bei der Wirbank, nicht nur mehr als Firmen, sondern wir bringen auch die Endkunden, die Privatkunden zur Wirbank. Die Wirbank bietet ja auch die Schweizerfranke Hypotheken an. Wir vermitteln unsere Kunden gerne an die Wirbank, weil wir wissen, dass sie dort in guten Händen sind.